Die Kirche von Kiruna wurde von 1909 bis 1912 nach Entwürfen von Halmar Lundbohm gebaut. Sie sollte aussehen wie eine traditionelle Samenhütte. Ihre bis heute einzigartige Form sorgt dafür, dass das gesamte Licht von oben in einem ansonsten eher dunklen Innenraum fällt. Das Altargemälde wurde von Prinz Eugen gemalt, der mit Lundbohm befreundet war. Im Jahre 2001 wurde die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Völker hört, wie Gott aufs Neue spricht. Es werde Licht Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Erscheine dir Welt Erscheine dir Welt Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt. Die Kirche zum beliebtesten Gebäude Schwedens aller Zeiten gewählt.